Musik Für mich ist der Hauptzweck vom Sport zum einen Spaß bei der Bewegung zu haben und zum anderen natürlich auch Spaß in einem funktionierenden Körper zu haben. Und dieser Bewegungsspaß, die Freude am Sport, die Freude an der Umgebung, in der man den Sport ausführt, ist für mich eigentlich der Inhalt der sportlichen Aktivität, weniger der Wettbewerb. Der Sinn des Lebens ist es, sich wohlzufühlen. Ich fühle mich wohl, wenn ich auf einem Bett stehe. Ich fühle mich wohl, wenn ich das gut mache. Und ich fühle mich wohl, wenn ich danach ins Bett gehe abends und sage, okay, haben wir jetzt gut gemacht heute. Musik 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 Musik